Willkommen zum Asklepios Talk. Im Notfall zum Beispiel nach Unfällen muss schnell gehandelt und optimal zusammengearbeitet werden. Und über diese wichtige Arbeit spreche ich jetzt mit Dr. Manuel Lingner. Er ist ärztlicher Leiter der Notarztstandorte Kandel und Germersheim an den Asklepios Südpfalz Kliniken. Und sie sind Leiter der Abteilung für interdisziplinäre Akut- und Notfallmedizin. Und ich begrüße auch Daniel Schäfer, Oberarzt an der Abteilung für interdisziplinäre Akut- und Notfallmedizin. Schön, dass Sie da sind. Wir haben ja schon mal gesprochen. Was hat sich denn seitdem getan? Also Ihre Abteilung ist ja recht neu. Ja, wie wir in unserem letzten Gespräch beleuchtet haben, gibt es die Abteilung letztendlich erst seit gut einem Jahr inzwischen. Ja, es hat sich viel weiterentwickelt und worauf wir sehr, sehr stolz sind und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Anlass unseres Gesprächs heute, dass wir im Dezember ein neues System eingeführt haben, um die Schnittstelle zum Rettungsdienst nochmal deutlich zu verbessern, weil das ja ein sehr wichtiger Partner ist für uns als Akut- und Notfallmediziner. Nicht nur im Notarztdienst als direkter Partner, sondern eben auch als zentrale Notaufnahme. Und es handelt sich da um ein System der digitalen Anbindung des Rettungsdienstes an uns. Das heißt, der Rettungsdienst kann uns Patienten direkt anmelden über ein Tablet-System, das ohnehin schon vom Rettungsdienst genutzt wird, wo die Patientendokumentation stattfindet. Und direkt über dieses Tablet kann man dann den Patienten eben auch in unserer Klinik anmelden. Wir bilden das Ganze dann als sogenanntes Dashboard in der zentralen Notaufnahme ab. Wir wissen dann die Eintriffzeit des Rettungsmittels, was hat der Patient, sind das Tracer-Diagnosen wie Herzinfarkt, Schlaganfall. Gibt es irgendwelche Besonderheiten, wie zum Beispiel ist der Patient schon beatmet oder hat er letztendlich irgendwie einen Infektstatus, gerade zu Zeiten von Covid, aktuell auch Influenza, natürlich sehr wichtig. Und ja, da wir die erste Klinik in Rheinland-Pfalz sind, die das so abbildet tatsächlich, sind wir darauf sehr stolz und blicken da auch sehr zuversichtlich in die Zukunft. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Erläutern Sie mir doch mal bitte die Vorteile, die dieses System für den Patienten hat. Also einer der ganz wesentlichen Vorteile ist, dass wir wissen, sozusagen, welcher Patient uns zugeführt wird und auch in welchem Zeitraum. Das bedeutet, dass wir ausreichend Zeit haben, uns entsprechend vorzubereiten. Sei es bei traumatologischen Patienten unter Umständen auch einen Schockraum auszulösen. Also das bedeutet, dass dann die Kollegen der Anästhesie, die anderen unfallchirurgischen Kollegen noch mit hinzukommen und einfach eine zügigere Patientenversorgung dann stattfinden kann. Ein zweiter Aspekt ist auch, dass wir, so wie es Manuel Lingner gerade eben bereits dargestellt hat, bereits frühzeitig über einen potenziellen oder auch gesicherten Infektionsstatus Bescheid wissen. Das bedeutet, dass diese Patienten dann eben nicht in die ganz normalen Räumlichkeiten der Notaufnahme kommen, sondern in den Bereich der Notaufnahme, der für Infektpatienten gedacht ist. Ganz, ganz wesentlicher Aspekt ist schlussendlich auch, dass wir dadurch auch relativ viel an Zeit ersparen können. Das bedeutet, dass diese Daten, die anonymisiert uns initial zugesendet werden, dann auch im weiteren Verlauf in die Patientenakte überspielt werden können. Und wir vorab auch bereits EKG-Bilder des Rettungsdienstes in der Klinik auswerten können, gerade wenn es um das Thema des Herzinfarktes geht und die Kollegen sich beispielsweise nicht ganz sicher sind, ob der Patient einem Herzkatheter zugeführt werden muss. Das kann dann auch telefonisch durch uns unterstützend nochmal besser eingeordnet werden. Also Sie können noch schneller arbeiten und es erleichtert Ihnen auf jeden Fall die Arbeit. Sie haben es angesprochen, die Klinik ist die erste in Rheinland-Pfalz, die mit solch einem System arbeitet. Was denken Sie, wie sieht in diesem Bereich die Zukunft aus? Also letztendlich glaube ich, dass wir zwar im Moment der Vorreiter sind, perspektivisch, aber doch aufgrund der Vorteile, die klar dargelegt sind und eben auch vor allen Dingen der Vorteil für den Patienten, der Prozesssteuerung innerklinisch, der verkürzten Prozesse, gerade bei den Tracer-Diagnosen, dann auch verkürzte innerklinische Prozesse und somit wirklich Zeitersparnis, gerade bei den Diagnosen, die auch sehr schnell gehandelt werden müssen, wie Schlaganfall und Herzinfarkt, glaube ich, werden da sehr viele Kliniken nachziehen in Zukunft. Es wird auch Rheinland-Pfalz-weite ein System geben, das allerdings so ein bisschen zwar auch eine Patientenanmeldung über die Rettungsleitstelle dann möglich macht, allerdings ein bisschen anders gelagert ist. Hier geht es hauptsächlich um Kapazitätszuordnungen zu Kliniken und solche Vorteile wie Integration in unser Klinik-Informationssystem, also das KISS, was der Herr Schäfer angesprochen hat, die Möglichkeit gibt es da nicht. Das heißt, das System wird auch so weiterhin letztendlich dann durch uns parallel genutzt und bietet auch weiterhin Vorteile durch die Integration. Was ist Ihnen denn wichtig in Bezug auf die Notfallmedizin, die Themen, auf die Sie aufmerksam machen möchten? Also was wir immer häufiger sehen, sind letztendlich Patienten, die Ressourcen binden und letztendlich in der Notaufnahme erstmal fehlgelagert sind sozusagen. Natürlich ist jedem Patienten so das eigene Problem immer das Schlimmste, dafür haben wir auch Verständnis natürlich. Und es gibt aber viele Erkrankungsbilder, die sind eher im ambulanten Sektor letztendlich bei den hausärztlichen Kollegen oder eben auch in Notfalldienstzentralen, also der Kassenärztlichen Vereinigung gelagert, gerade wenn es jetzt irgendwie um banale Infekte oder solcherlei Dinge geht. Für alles letztendlich, wofür man die diagnostischen Mittel und therapeutischen Mittel von einem Krankenhaus braucht, auch diese Patienten sind bei uns richtig. Alle anderen binden natürlich auch bei uns Ressourcen, denn auch um die wollen wir uns kümmern. Und häufig stoßen wir dann auch auf Unverständnis bei diesen Patienten, weil es um lange Wartezeiten geht. Eben weil der Herzinfarkt, der Schlaganfall, das schwere Trauma, der vom Rettungsdienst zugewiesene Patient dann letztendlich Vorrang hat, eben vor banalen Infekten. Ja, und häufig stoßen wir dann auf Unverständnis, gerade bei den Patienten, die dann doch längere Zeiten auch bei uns vor der Notaufnahme warten, eben weil sie aufgrund ihrer Dringlichkeit, die wir auch immer einschätzen, ja, anhand von einer sogenannten Triage, eben im Moment nicht sofort behandlungsbedürftig sind. Ganz viele andere aber schon. Und da haben wir räumlich letztendlich bei uns in der Notaufnahme das Hauptproblem, dass wir Patienten vom Rettungsdienst über den hinteren Teil der Notaufnahme zugeführt bekommen, die fußläufigen Patienten im vorderen Teil sind. Das heißt, der Patient, der sich vorne fußläufig bei uns vorstellt, der bekommt gar nicht mit, was letztendlich gerade der Rettungsdienst an Patienten und die Fülle der Patienten bringt, ja. Und das macht es häufig schwierig. Deswegen hauptsächlich Verständnis. Das ist das, worum wir bitten, ja. Da stimmen Sie zu. Absolut. Ja, die Arbeitsbelastung, ich meine, Sie arbeiten sehr unter Druck, Zeitdrucks muss schnell entschieden werden, aber Sie haben sich natürlich auch für den Beruf entschieden. Warum? Was treibt Sie an? Gut, wir sind beides passionierte Notfallmediziner, sind beides Fach- und Oberärzte der Anästhesie gewesen. Und das Besondere ist natürlich, dass wir morgens aufstehen, quasi in den Alltag, in den Beruf starten, ohne zu wissen, was uns eigentlich erwartet. Und so im Laufe der Jahre entwickelt man dann eine gewisse Basisroutine, aber es gibt immer wieder auch interessante Fälle, wo man dann tatsächlich zügig handeln muss. Es gibt auch den ein oder anderen amüsanten Fall, sage ich jetzt mal, der sich Gott sei Dank nicht ganz so tragisch dann darstellt. Aber das ist einer der spannenden Aspekte eigentlich, ja. Ja, also der Meinung bin ich auch, ja. Letztendlich dieses, man weiß nicht, was einen erwartet, ja. Letztendlich auch der Anspruch an einen selbst, wie auch an den Arbeitsalltag. Dann auch die Vernetzung mit der präklinischen Notfallmedizin, ja. Das ist einfach ein sehr spannendes Feld. Gerade auch zu Neudeutsch Team Approach mit dem Rettungsdienst, ja, den man da so auch tagtäglich erlebt und, glaube ich, auch eine gute Zusammenarbeit lebt, gerade hier in den Kliniken, ja, durch die Kombination mit den Notarztstandorten, ja, einfach jeden Tag gerne zur Arbeit gehen. Ich glaube, das macht den Beruf aus. Ja, das ist schön, wenn man das sagen kann. Ich danke Ihnen sehr für die interessanten Einblicke und Ihre Arbeit. Danke. Vielen Dank. Danke.